Passive Hygiene ist eine Möglichkeit, sich vor Bakterien, Hefepilzen oder Schimmel zu schützen, auch wenn sie sich nicht waschen können. Die revolutionären Silver Night Materialien minimieren oder unterdrücken spätere Gesundheitsprobleme komplett. Unsere Unterwäsche kümmert sich den ganzen Tag über passiv um ihre Intimpflege. Neben der Herrenlinie bieten wir auch eine Damenkollektion an. Der eingenähte Zwickel beseitigt schädliche Bakterien und Hefepilze, die vaginale Mykosen verursachen. Passive Hygiene von Silver Night. Die Wette auf Silber ist eine Wette auf Sicherheit.